hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal ja es ist war mich gibt es noch es ist einfach so sie haben es wahrscheinlich auch mitbekommen dass ich momentan extrem unter prüfungs stress leide und deshalb kaum zeit habe videos zu machen dennoch möchte ich es mir nicht nehmen wenigstens heute ist einmal zu versuchen mit ihnen zu sprechen über die sonntags lesungen des sechsten ostersonntags bevor es losgeht würde ich mich freuen wenn sie dem video einen daumen nach oben geben würden und wenn sie dieses video teilen würden mit ihren freunden und bekannten verbreiten wir gemeinsam das wort gottes und ich würde mich natürlich auch freuen wenn sie meinen kanal abonnieren würden und die glocke aktivieren würden dann verpassen sie keine videos mehr und wir sehen uns regelmäßig wieder hoffentlich bald regelmäßiger als jetzt philippus aber kam in die hauptstadt samariens hinab und verkündete dort christus und die menge achtete einmütig auf die worte des philippus sie hörten zu und sahen die zeichen die er tat denn aus vielen besessenen fuhren unter lautem geschrei die unreinen geister aus auch viele lahme und verkrüppelte wurden geheilt so herrschte große freude in jener stadt als die apostel in jerusalem hörten dass samarien das wort gottes angenommen hatte schickten sie petrus und johannes dorthin diese zogen hinab und beteten für sie dass sie den heiligen geist empfingen denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen sie waren nur getauft auf den namen jesu des herrn dann legten sie ihnen die hände auf und sie empfingen den heiligen geist in dieser außerzeit hören wir auch unter der woche immer wieder aus der apostelgeschichte und dort waren immer ausschnitte zu hören die auf dieses ereignis von dem wir heute gehört haben zurückgreifen und zwar auf die samarien mission des philippus wer ist philippus er gehört zu den sieben urdiakonen der gemeinde in jerusalem also einer der diakone die vor allem sich um die griechischsprachigen widmen kümmern sollten zusammen mit stephanus dem ersten mehrtürer der kirche und dieser philippus ist es übrigens auch der unterwegs ist auf der straße die nach gaza hinab führt wo er dann cornelius dazu also zum zum glauben an jesus christus bringt und der dann entrückt wird und den man dann in aschdott wieder sieht was ist mit samaria samaria also eigentlich müssen wir erst mal samarien sagen das bezieht sich erst mal auf die gegend die ja von den juden gebieten wird denn es sind zwar die menschen die dort leben sind zwar quasi jüdisch im grunde aber eigentlich synkretistisch das heißt sie basteln so ein bisschen was zusammen aus dem jüdischen glauben dann auch aus heidnischen religionen und das auch ein ein teil sehr abergläubischen glaubens gutes mit dabei und deshalb ja sagen die juden wir dürfen nichts mit denen zu tun haben es hat dann noch mit mit historischen mit der historischen vergangenheit zu tun mit nord und südreich das heißt samarien war das was eben damals das süd das nordreich war also die stämme israels die dann das nordreich gebildet haben die dann nach dem babylonischen exil gab es dann sogar ein verbot von ehen also von seiten der juden ein verbot von ehen mit samaritanern und so haben sich die beiden gruppen auseinander gelebt und deshalb ja auch diese diese provokation bei dem bei dem gleichnis vom barmherzigen samariter übrigens und in dieses gebiet geht philippus er kommt mit dem christlichen glauben da aber nicht alleine hin oder zum ersten mal hin muss man sagen sondern jesus hat selbst das evangelium dort hingebracht und zwar hören wir ja von der begegnung mit der frau am jakobsbrunnen bei sicher und in sicher sind dann ja die bewohner auch angesteckt von dem was die frau dann denen erzählt dass sie den messias gefunden habe weil sie glauben ja auch dass der messias komme also sie haben auch den messias erwartet die samaritana und dann sind die auch schon zum glauben gekommen an jesus christus sie sind seine jünger geworden das heißt philippus kommt nicht in ganz neues gebiet leistet hier nicht absolut pionierarbeit sondern er kommt in eine sehr große offenheit hinein in einen ort wo die menschen wirklich auch offen sind für das evangelium und sich das auch gerne anhören was er zu erzählen hat was er verkündet ganz konkret hören wir davon dass er in die stadt sebaste kommt sebaste ist die hauptstadt samariens diese stadt die samaria und ist dann zerstört worden und dann ist sie eben durch herodes dem großen dann als sebaste wieder aufgebaut worden und in diese stadt kommt er eben und verkündet dort das evangelium er erzählt aber nicht nur von dem was jesus gesagt und getan hat sondern er wirkt auch zeichen es heißt dort dass er menschen exorziert also es finden exorzismen statt und wir hören von verschiedenen krankenheilungen er heilt lahme und verkrüppelte menschen also wird hier durch ihn halt christus selbst hier menschen an leib und seele das wird eben durch solche heilszeichen den menschen verdeutlicht philippus tut das nicht von sich selbst sondern erst nur werkzeug des heils er ist werkzeug des des messias der weiterhin in dieser welt lebt und wirkt und das sorgt natürlich für große freude in der gesamten stadt weil das große heilszeichen sind philippus ist ja als diakon eben was die den weihgrad anbelangt ganz unten das sakramentale weihgrad besteht aus drei stufen dem diakonat dem presbyterat und dem episkopat mit dem episkopat sind die bischöfe gemeint mit dem presbyterat die priester und der diakonat das wort ist ja auch hört man auch das meint die diakone er kann einiges bewirken aber er kann die menschen den menschen nicht alle sakramente spenden er kann das wort gottes verkünden die menschen zum glauben bringen und er kann sie auch taufen aber er kann ihnen nicht die hände auflegen dass sie den heiligen geist empfangen das was wir firmung nennen bis heute ist das etwas ein sakrament das nur der bischof spenden kann oder in auf beauftragung des bischofs durch den bischof auch andere aber das ist eigentlich primär aufgabe des bischofs aus dem grund verstehen wir dann vielleicht auch warum als dann eben die die nachrichten die gute nachricht der bekehrungswelle in samarien die urgemeinde in jerusalem erreicht johannes und petrus dorthin reisen sie sind nämlich von ihrem weihgrad ganz oben sie sind als apostel gleichzusetzen mit den bischöfen die bischöfe sind ja ihre nachfolger und sie können den menschen die hände auflegen dass sie gefilmt werden und die menschen dort in samarien sind zwar schon getauft aber sie müssen noch gefilmt werden und deshalb gehen sie eben jetzt dorthin um diese aufgabe zu erledigen so werden auch in samarien menschen zu christen und somit auch eine sehr lange zeit der spaltung überwunden denn jetzt ist es nicht mehr wichtig ob man samari samaritanisch ist oder jüdisch von der vergangenheit her denn jetzt vereint die taufe alle zusammen in einer einzigen familie gottes hören wir nun aus dem psalm für den chormeister ein lied ein psalm jauchzt gott zu alle länder der erde spielt zur ehre seines namens verherrlicht ihn mit lobpreis sagt zu gott wie ehrfurcht gebietend sind deine taten vor deiner gewaltigen macht müssen die feinde sich beugen alle welt bete dich an und singe dein lob sie lobsinge deinem namen kommt und seht die taten gottes ehrfurcht gebietend ist sein tun an den menschen er verwandelte das meer in trockenes land sie schreiten zu fuß durch den strom dort wollen wir uns über ihn freuen in seiner kraft ist der herrscher auf ewig seine augen prüfen die völker die aufsässigen können sich gegen ihn nicht erheben alle die ihr gott fürchtet kommt und hört ich will euch erzählen was er mir gutes getan hat gepriesen sei gott denn er hat mein bittgebet nicht unterbunden und mir seine huld nicht entzogen wir haben schon in der lesung davon gehört dass die heilszeichen die durch die christus durch den diakon philippus in der stadt sebaste in samarien gewirkt hat dass das wirklich die ganz dass die menschen sich wirklich gefreut haben und insgesamt ist die bekehrung der samaritaner wirklich auch für uns ein grund zur freude und zum lobpreis und deshalb beten wir natürlich auch als antwort gesang als antwort psalm psalm 66 dieser psalm beginnt mit einer lobaufforderung an alle länder der erde mit instrumentaler begleitung es heißt hier ja spielt zur ehre seines namens und diese wendung die wir hier lesen kolhaarets muss man wörtlich eigentlich nicht mit länder alle länder der erde übersetzen sondern entweder mit das ganze land oder die ganze erde die ganze erde das sind zwei nuancen die unterschiedlich sind es umfasst nämlich entweder den weltweiten lobpreis aller aller also der ganzen welt deshalb die ganze erde aller menschen oder es meint den lobpreis des ganzen volkes israel mit allen seinen stämmen und dann wenn wir das eben auf die zweite art und weise verstehen dann denken wir natürlich an die samaritaner die stämme die eben samaritanisch jetzt geworden sind zurzeit jesu sind gehörten ja zum nordreich und das sind aber auch die stämme israels und denn ist das hier natürlich ein aufruf zum lobpreis aller juden und samaritaner gottes taten sind wahrhaft ehrfurcht gebietend wie es hier heißt denn durch den diakon philippus hatte ja große heilszeichen erwirkt und er hat das ja auch schon vorher wie viele überwältigende heilszeichen hat gott gewirkt an seinem auserwählten volk israel er hat zehn klagen auf eine gesamte land auf das ganze land ägypten gebracht und dann ein ganzes volk aus ägypten herausgeführt hat es durch das rote meer geführt hat das meer gespalten hat alles was unmöglich ist möglich gemacht um dieses volk zu retten aus der hand des feindes er hat es 40 jahre lang durch die wüste geführt und es am leben erhalten so dass das ganze volk dann ins gelobte land eingehen konnte in ein land das eigentlich besetzt war von anderen und dann natürlich das große königtum das ist ja dann die zeit davids wenn wir jetzt im psalmen kontext sind was gott an an diesem könig gewirkt hat was für militärische siege und dann natürlich auf der höhe der zeit das größte heilszeichen das gott gewirkt hat die menschwerdung seine eigene menschwerdung seinen tod und seine auferstehung die erlösung der gesamten welt das sind dinge die können uns eigentlich nur dazu bringen vor ehrfurcht zu erstarren vor dieser vor diesem allmächtigen gott sogar der tod der tod hat kapituliert vor jesus christus der nicht im grab geblieben ist der von den toten auferstanden ist ja die ganze welt soll ihn anbeten wie es dann weiter heißt denn die ganze welt ist erlöst durch jesus christus aus dem grund hat jesus auch vor seiner himmelfahrt zu seinen jüngern gesagt geht in die ganze welt macht alle menschen zu meinen jüngern und tauft sie tauft sie auf den namen des vaters des sohnes und des heiligen geistes dieses heil soll allen menschen verkündet werden sie sollen dieses heil was ihnen allen angeboten wird hören die gelegenheit bekommen freiwillig zu diesem heil ja zu sagen und es anzunehmen die erlösung anzunehmen und gerettet zu werden und ein erster moment ein erster moment dieser weltweiten anbetung sozusagen trägt sich ja schon in der weihnachtsgeschichte zu dann als nämlich die margoy aus dem osten kommen als stellvertreter der heidnischen welt aber auch als als stellvertreter der enden der erde die von ganz weit her kommen um den messias anzubeten der messias der als kleines hilfloses kind in der krippe liegt es heißt dann weiter kommt und seht die taten gottes das ist ein aufruf der heute besonders natürlich den samaritan angeht sie sehen mit eigenen augen diese überwältigenden heißzeichen und sie können nicht anders als ehrfurcht zu haben vor diesem gott und auch vor jesus christus in dessen namen das alles geschehen ist zu erkennen dass er gott ist der wörtliche sinn dieser verse kommt und seht die taten gottes ist zunächst auf die heilszeichen am gottes am volk israel natürlich zu beziehen das ist ja ein psalm er bezieht sich erstmal auf die heilszeichen gottes an dem volk das deshalb ist hier auch dann im nächsten abschnitt diese andeutung der teilung des roten meeres dass sie eben trockenen fußes durch das meer schreiten konnten die rettung des volkes durch das wasser ist für uns aber mehr als nur eine historische also eine einmalige sache die in der vergangenheit stattgefunden hat sondern auch etwas das über sich selbst hinaus verweist ein typos dieser typos hat einen antitypos die entsprechung und zwar in dem wasser der taufe durch das wasser der taufe hindurch geschritten werden wir gerettet hindurch durch dieses wasser so wie das volk gerettet wird eben aber das irdische leben der menschen dieses volkes gerettet wird so wird das ewige leben durch das wasser der taufe gerettet oder erhalten diese verbindung von rotem meer exodus und taufe ist nicht aus den fingern gesogen sondern petrus selbst tut das in den petrus briefen es ist also nicht etwas das wir uns als exegeten im nachhinein ausgedacht haben sondern die autoren des neuen testaments haben das selber so gesehen und auch am wasser der taufe wollen wir uns freuen mit jenen die gerettet werden die gerettet worden sind durch die diesen taufe vorgang heute freuen sich die apostel und philippus zusammen mit den samaritanern die im heiligen geist eben wieder geboren sind durch das wasser der taufe und zwar wiedergeboren zum ewigen leben gott ist herrscher des himmels und der erde und ihm entgeht nichts das sagt uns heute auch der psalm er prüft die völker er prüft aber auch das herz jedes einzelnen menschen und er wenn wir dann eben vor ihm stehen nach unserem tod dann wird er auch rechenschaft von uns fordern er wird uns das alles in seiner liebe vorhalten was wir getan haben und was wir unterlassen haben das ist für uns zunächst einmal aber nicht etwas was uns bedrohlich erscheinen muss sondern etwas das uns geborgenheit gibt gott weiß um alles er weiß um die umstände in denen wir leben er kennt unsere tiefsten innersten bestrebungen und das was uns wirklich umtreibt das was wir auch durchmachen müssen gott kennt uns eigentlich sogar noch viel besser als wir uns selbst kennen und deshalb kann er uns auch entsprechend helfen und wenn er uns dinge wenn er wenn er maßnahmen unternimmt die wenig er verstehen dann dürfen wir ihm trotzdem vertrauen weil wir das in diesem moment nicht verstehen wir sehen nicht unser ganzes leben auf einmal im überblick und können deshalb auch gottes eingreifen in unser leben nicht verstehen aber wir dürfen ihm vertrauen dass er schon weiß was er tut die aufsässigen seine feinde also die feinde gottes können gegen ihn nichts ausrichten er ist der allmächtige gott der tod kann jesus christus nicht festhalten der der auferstandene ist der tod kann auch uns nichts anhaben die wir getauft sind auf den auf das ewige leben hin auch wenn wir noch biologisch sterben müssen so wird doch unsere seele nicht sterben auf ewig nicht sterben dann in vers 16 dann klingt es sehr sehr liturgisch was wir dort hören es ist ja eine also eine schar von gläubigen wird aufgefordert das ist immer sehr etwas was sehr man kann sich das vorstellen wie das in der versammlung in der versammlung gebetet wird synagogalen kontext in im kontext von gebet im kontext auch der kirche es ist hier so die schar von gläubigen die aufgefordert wird dem glaubens zeugnis des psalmisten zu lauschen und wir können uns das richtig vorstellen als wenn das die worte des philippus wären wie er eben zu den menschen von sebastisch spricht und sie ihre ja sie um ihre aufmerksamkeit bittet und sagt hört her was ich wunderbares zu sagen habe was ich erlebt habe also es ist so als wäre es wirklich seine aussage heute gott sei gepriesen weil er die bittgebete nicht unterbindet das ist auch ein wichtiger punkt wir dürfen gott um alles bitten wir dürfen ihn zu ihm kommen mit unseren bitten jesus hat das ganz explizit gesagt bittet nehmt das auch doch in anspruch und er sagte deshalb wer bittet dem wird gegeben wer anklopft dem wird aufgetan wer sucht der findet wir sollen den vater voller vertrauen bitten und auch noch so bitten dass und ihm auch gleichzeitig danken dafür als hätte er es uns schon gewährt mit so einem vertrauen sollen wir zum dem vater wirklich um die dinge bitten die wir haben wollen oder die wir brauchen und das alles gipfelt in dem gebet der gebete jesus hat uns das vater unser beigebracht das genau diese haltung in einem gebet zusammenfasst vertrauensvoll den vater um das lebensnotwendige zu bitten gott erweist allen menschen seine huld und dabei spielt es keine rolle ob jude ob samaritana oder heide hören wir nun in der zweiten lesung wieder aus dem ersten petrus brief wie es jetzt in dieser österlichen zeit die ganze zeit der fall ist heiligt vielmehr in eurem herzen christus den herrn seid stets bereit jedem rede und antwort zu stehen der von euch rechenschaft fordert über die hoffnung die euch erfüllt antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig denn ihr habt ein reines gewissen damit jene die euren rechtschaffenen lebenswandel in christus in schlechten ruf bringen wegen ihrer verleumdungen beschämt werden denn es ist besser für gute taten zu leiden wenn es gottes wille ist als für böse denn auch christus ist der sünden wegen ein einziges mal gestorben ein gerechter für ungerechte damit er euch zu gott hinführe damit er dem fleisch nach zwar getötet aber dem geist nach lebendig gemacht wurde die heutigen verse dieses ersten petrus brief ist im dritten kapitel schließen sich an eine sogenannte haustafel an eine haustafel ist eine art richtschnur mit ethischen vorgaben wie man sich in einer bestimmten gemeinschaft verhalten soll oder in einem bestimmten lebensstand hier geht es also diese haustafel beginnt hier schon in kapitel 2 und zieht sich dann auch weiter in das dritte kapitel dort geht es zunächst um das rechte verhalten von sklaven in einem haushalt und dann um das rechte verhalten in der ehe dann gibt es noch weitere ethische vorgaben und dann kommt eben unser abschnitt das heißt wir sehen einen kontext der saparen etisch ist also voller ethischer vor ermahnungen oder anweisungen wie wir eben uns verhalten sollen und so ist auch unser abschnitt in diesem duktus weiter zu verstehen petrus sagt wir alle die wir getauft sind sollen christus in unserem herzen heiligen das sagt petrus vor allem dass diese worte richtet er vor allem an jene die um des himmelreiches willen leiden müssen um die geht es nämlich unmittelbar vor unserem heutigen abschnitt den wir jetzt gehört haben und auch wenn diese äußerlich leiden müssen so petrus und auch selbst wenn ihnen das irdische leben genommen wird selbst da sollen sie ihr herz heiligen sie sollen das herz gleichsam als heiligen boden bewahren als ort der gegenwart gottes und in die an diesem ort darf nichts die heiligkeit gottes verunreinigen oder den ort des heiligen gottes verunreinigen damit ja damit entspricht er eigentlich dem was wir auch im ersten korinther brief schon bei bei paulus hören also dass unsere seelen tempel des heiligen geistes sind wenn menschen uns nach gott fragen sagt petrus dann sollen wir ihm ihnen stets rede und antwort stehen dann dann ist unsere chance gekommen diesen missionsauftrag jesu treu auszufüllen dass wir alle menschen zu den zu jüngeren christi machen sollen auch die die eben nicht geweihte priester sind bischöfe oder diakone haben die verantwortung missionarisch zu sein das hängt mit der taufe zusammen da kann da haben auch wir alle die verantwortung in unserem im rahmen unserer möglichkeiten den menschen von jesus christus zu erzählen wer wirklich diese offenheit für das evangelium jesu christi zeigt dem sollen wir entgegen kommen damit wir sollen diesen hunger nach dem wort gottes auch wirklich stillen bei den menschen philippus hat in der ersten lesung diese offenheit wirklich zu spüren bekommen die samaritaner sind wirklich mit mit dieser offenheit auf ihn zugegangen haben ihm zugehört sie haben aufmerksam den worten gelauscht und deshalb hat hat gott ja bei ihnen auch so viele dinge eben durch diesen diakonen gewirkt weil sie so offen waren und philippus hat seinen auftrag wirklich treu erfüllt hat sehr viele menschen dadurch zum glauben an jesus christus gebracht wichtig ist dabei aber auch wie das wort gottes verkündet und das erklärt uns petrus hier auch er sagt dass dieses wie ausschlaggebend ist für den missionserfolg dabei sind die stichworte die bescheidenheit und die ehrfurcht wenn die zuhörer das bei einem verkünder wirklich auch spüren dann bestätigt das für sie dass die botschaft selbst war ist daran erkennen sie dass die botschaft wahr ist es ist sie nehmen es wirklich viel authentischer war weil sie sehen dass dir das verhalten die haltung und der inhalt der botschaft deckungsgleich sind kongruent sie entsprechen sich wer dagegen aber überheblich daherkommt und meint das wort gottes selbst zu besitzen dabei auch wirklich eher hochmütig rüberkommt der wird keine herzen der menschen berühren können die bescheidenheit ist eine wesenseigenschaft die gott gleich kommt diese demut und einfachheit gottes hat jesus ganz verkörpert jesus ist in einem armen stall zur welt gekommen er hat nie etwas besessen besessen er hat wirklich ein ganz einfaches unkompliziertes leben geführt wenn menschen ihn gefragt haben ob er der messias sei hat er einfach ganz ganz einfach und schlicht gesagt kommt und seht kommt und seht jesus war die unkompliziertheit in person und das daran stoßen sich auch bis heute menschen über die einfalt christi das heißt nicht dass er hier nichts hier nichts drin hatte das heißt dass er einfach entlarvend bescheiden war und diese entlarvende bescheidenheit an der stoßen sich jene die sie eben nicht besitzen und mit dieser bescheidenheit das ist logisch dass die missioner missionare mit derselben haltung das wort gottes verkünden müssen jesus hat gesagt der schüler ist nicht höher als sein meister und wenn jesus seinen aposteln im abendmalssaal die füße waschen will was ein sklavendienst ist etwas was der sklave des hauses getan hat dann müssen sich die missionare nicht herausnehmen oder irgendwie sich einbilden dass sie höher als ein sklave stehen würden sie sollen selber wie sklaven auf die menschen zugehen dabei geht es natürlich nicht nur um äußere umstände es geht hier um eine um eine innere haltung und dieser haltung soll eine einfachheit sein eine einstellung die ganz frei ist von irdischen gütern selbst wenn man die güter besitzt dass man frei davon ist dass man nicht an diesen dingen hängt die ehrfurcht ist eine angestrebte haltung der missionare die zeigt dass sie selber von dieser botschaft absolut überwältigt sind berührt sind und gott wirklich von herzen danken für diese botschaft zugleich ein respekt vor dem allmächtigen gott vor dem allmächtigen gott dem herrscher des himmels und der erde und dass sie als schwaches geschöpf nicht das alles erwirken diese ganzen heilstaten wie wir sie gesehen haben in samarien und auch die die worte die sie sprechen dass diese wort gewandtheit auch dass das alles eben nicht von ihnen selbst kommt sondern von gott selbst der sie als ihr als sein wunderbares heils werkzeug benutzt und dass sie eben sich ehrt fühlen von ihm gebraucht zu werden das muss bei den menschen ankommen das also nicht nur die botschaft sondern auch das wie der verkündigung sind ausschlaggebend in der mission und mit so einer haltung kann man dann auch wirklich sagen dass man reinen gewissens ist dass man sich nichts zu schulden kommen lässt und dass man dann auch vor den gegnern nicht angreifbar ist und auch nicht beschämt wird sondern im gegenteil die gegner werden noch beschämt für ihre verleumdungen die dann ans tageslicht kommen denn die wahrheit kommt immer ans licht und lügen haben kurze beine und das müssen wir dazu natürlich sagen kein mensch ist komplett reinen gewissens jeder lässt sich irgendetwas zu schulde kommen und deshalb wird ist auch kein mensch komplett angriffs frei also jeder ist angreifbar auch gerade missionare und wenn man nicht ein weißes blatt papier ohne fehl und makel ist wird man nun mal angegriffen und gerade die das merken wir auch an der kirche und dennoch muss es die absolut hundertprozentige bemühung sein so zu sein wie es hier petrus erklärt und dann sagt petrus uns etwas ganz wichtiges nämlich leiden hat unterschiedliche ursachen leiden hat auch unterschiedliche qualitäten wenn man nämlich trotz eines reinen gewissens leiden muss also im falle eines missionars und seiner gegner dass man das dass man einfach verleumdet wird so etwas und das dann eben akzeptiert und wirklich sagt ich mache das ich nehme dieses leiden auf mich das ist das kreuz das ich trage aus liebe zu jesus dann hat es einen sehr hohen stellenwert petrus sagt das hat einen sehr hohen eine sehr hohe qualität es bringt reiche frucht wenn wir das jetzt mit den worten jesel sagen wollen wer aber dagegen leidet aufgrund eigenen verschuldens zum beispiel eine sünde getan hat und dann eben die konsequenzen der sünde tragen muss dann ist das natürlich kein leiden das gott dem menschen auferlegt hat zur sühne der eigenen sünden oder der sünden der anderen oder wie auch immer sondern das ist einfach das was man selber tragen muss es ist ein selbstgemachtes kreuz die konsequenzen der eigenen sünde sind ein selbstgemachtes kreuz und dieses leiden ist natürlich gut für mich selbst dass ich dass diesen entstandenen schaden wieder gut mache aber es hat jetzt nicht einen mehrwert in dem sinne dass ich frucht bringe dadurch für andere zum beispiel als sühne seele wie man das eben von einigen heiligen kennt das leiden um des himmelreiches willen also das leiden für gute taten das leidet das leitet sich vom leiden jesu christi ab da kann man wirklich sagen ich leide mit dir mit mein herr und mein gott er ist ja der gerechte schlechthin der für die ungerechten gestorben ist jesus hat gesagt die nicht die gesunden brauchen einen arzt sondern die kranken dann heißt es dem fleisch nach getötet und dann dem geist nach und so weiter wie muss man das verstehen es meint in diesem kontext eben nicht dass jesu irdisches leben durch gewalt beendet worden ist also das mit dem fleisch nach getötet sein körper getötet dem fleisch nach bezieht sich nicht auf seinen leib sondern fleisch und geist beziehen sich hier auf zwei ebenen auf die gefallene schöpfung das ist immer mit dem fleisch nach gemeint und der geist bezieht sich auf die gnade gottes beziehungsweise auf die neue schöpfung auf die neue schöpfung so ist auch mit dem geist nach nicht die seele gemeint die seele christi denn es ist ja nicht so weil sonst müssten wir uns das hier vorstellen dass seine seele tot war und dann lebendig gemacht worden sei das ist hier natürlich so nicht gemeint jesus jesus seele ist ja nicht gestorben vielmehr bedeutet dieser satz dass jesus von der gefallenen schöpfung umgebracht worden ist durch die gnade gottes ist er aber auferstanden und somit ist er der anfang der neuen schöpfung und deshalb nicht im tod geblieben er ist sogar mit leib und seele in den himmel eingegangen und das wird uns auch das erwartet uns auch als neue neue schöpfung oder teil der neuen schöpfung also in dieser heutigen konstellation der lesungen lesen wir diesen ersten petrus brief abschnitt wirklich als handbuch als handbuch für philippus der mit diesen ethischen unterweisungen im hinterkopf die missionsreise nach samaria antritt so könnte man es wirklich verstehen und dann auch im anschluss an den missionserfolg mit den bekehrten diesen psalm betet den wir gehört haben psalm 66 hören wir nun was jesus selbst uns zu sagen wenn ihr mich liebt werdet ihr meine gebote halten und ich werde den vater bitten und er wird euch einen anderen beistand geben der für immer bei euch bleiben soll den geist der wahrheit den die welt nicht empfangen kann weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt ihr aber kennt ihn weil er bei euch bleibt und in euch sein wird ich werde euch nicht als weisen zurücklassen ich komme zu euch nur noch kurze zeit und die welt sieht mich nicht mehr ihr aber seht mich weil ich lebe und auch ihr leben werdet an jenem tag werdet ihr erkennen ich bin in meinem vater ihr seid in mir und ich bin in euch wer meine gebote hat und sie hält der ist es der mich liebt wer mich aber liebt wird von meinem vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren wir hören heute aus der ersten abschiedsrede einen abschnitt und diese ist uns auch schon unter der woche begegnet in den letzten wochen wir sind mittlerweile ja schon bei der zweiten abschiedsrede angekommen bei den werktags lesungen dieser heutige abschnitt ist bisher nicht verlesen worden aber es ist ein wunderbarer text den wir auf jeden fall genauer uns zu herzen nehmen müssen und dürfen und er schließt einen kreis mit dem was wir bisher schon heute gehört haben in der letzten woche haben wir schon gehört von der gottes und nächsten liebe aber in der zweiten abschiedsrede und in der ersten abschiedsrede kommt das hier auch zum tragen und zwar in vers 15 aus gottes liebe werden die jünger die gebote gottes halten sie werden nicht sie müssen sie werden das tun das sagt uns jesus auch die wir heute seine jünger sind und ja einen christlichen lebenswandel haben warum werden wir und werden die apostel das tun das ergibt sich aus der liebe selbst deshalb wenn wir nämlich einen menschen lieben von herzen dann wollen wir alles für ihn tun selbst wenn es über unsere komfortzone hinaus wir tun und wir machen uns links für den anderen wir nehmen große umstände auf uns damit der andere glücklich ist wir tun alles um ihn auch nicht zu verletzen wir möchten keinen streit mit der person die wir wirklich von herzen lieben so ist es auch mit gott wir möchten gott alles tun was gott von uns verlangt weil wir ihn nicht verletzen wollen und die übertretung seiner gebote kommt aber einer verletzung gleich sünde ist eine beleidigung gottes wer gott liebt möchte aber keinen streit mit ihm sondern möchte ein gutes verhältnis zu ihm und gott wiederum verlangt nichts von dem menschen was ihm schadet er verlangt vom menschen dass er etwas tut was ihn glücklich macht denn die gebote gottes sind der garant für ein glückliches leben jesus verabschiedet sich ja in diesen reden von seinen jüngern er gibt ihnen sozusagen sein testament fast noch mal alles zusammen was ihm wichtig ist weil er ja bald von ihnen gehen wird aber er verspricht ihnen den beistand den heiligen geist den parakleten parakletos heißt beistand und dieser wird immer bei ihnen sein so erklärt es jesus und vor dem hintergrund der beiden lesungen die wir jetzt schon gehört haben können wir dieses wirklich nur unterstreichen und bestätigen ja der heilige geist ist wirklich bei ihnen also er wirkt durch die apostel im sakrament der firmung als petrus und johannes nach samarien kommen er wirkt zuvor schon durch den diakon philippus indem er eben exorzismen durch ihn wirkt und krankenheilungen dieser geist ist es auch der ihm beistehend bei der bei der mission also dass die menschen überhaupt ihr herz öffnen um die botschaft zu hören und sich von ihr berühren zu lassen das ist alles die wirkung des heiligen geistes und dieser geist ist eben nicht nur dann beistand sondern auch der lehrer so sagt jesus dann im nächsten schritt nämlich der geist ist es der sie nicht also der sie lehren wird in die wahrheit einführen wird er wird ihnen nichts neues beibringen das ist zu sagen also es ist nichts neues was der geist gottes den aposteln beibringen wird sondern er wird sie immer tiefer verstehen lassen was jesus eigentlich die ganze zeit erklärt hat wir lesen in den evangelien so oft davon dass die apostel ja gar nicht verstehen was jesus ihnen erklärt immer wieder stößt jesus auf ihr unverständnis sie nehmen es an sie speichern es ab in ihrem unterbewusstsein aber verstehen das eben in dem moment nicht sagen aber sich sagen sich selbst ich vertraue dass das was jesus sagt wahr ist auch wenn ich das jetzt noch nicht verstehe das ist eine gute voraussetzung für den heiligen geist der ist wie eine gedächtnisstütze der das aus dem unterbewusstsein wieder herausholt und ihnen die zusammenhänge auch aufzeigt es geht ihnen dann auf was jesus eigentlich meinte und dass es eben zu verbinden ist mit diesem und jenem was er gesagt hat und dass das ja in die heilsgeschichte hinein passt das was eben bei jesaja stand bei bei den psalmen oder wo auch immer und weil der geist sie in alle wahrheit einführen wird ist es der geist der wahrheit jesus erklärt ihnen aber auch dass es zu konflikten kommen wird einfach schon deshalb weil selbst wenn der geist sie erfüllt und der geist der wahrheit sie ganz ihre erkenntnis ihnen erkenntnis schenkt die welt ihn aber nicht erkennt oder nicht von ihm erfüllt ist und diese erkenntnis nicht hat und dass das eben alles gar nicht selbstverständlich ist dass die jüngeren eben dieses pfingstereignis haben werden und um sie herum die gefallene welt die gefallene schöpfung das ist mit welt hier gemeint hat den heiligen geist nicht und deshalb müssen sie darauf achten dass es da eben eine ganz große diskrepanz gibt und dass die menschen der welt die eben dieser welt dieser gefallenen schöpfung verhaftet sind sie gar nicht immer verstehen werden und deshalb werden sie sich in der welt durchaus fremd fühlen und deshalb wird dann auch in dem ersten petrus brief auch davon sprechen von der fremde von den brüder und schwestern in der fremde und dann dann hören wir einen eine aussage die sehr eucharistisch klingt jesus sagt dass er seine apostel nicht als weisen zurücklässt dass er gehen müsse aber zu ihnen kommen werde das können wir natürlich unterschiedlich verstehen oder auf verschiedenen ebenen wie das eben immer mit der heiligen schrift so ist einerseits kann man das auf das oster ereignis beziehen also dass jesus sterben werde aber dann an ostern zurückkommen werde und so werden es vielleicht die jünger auch zuerst verstanden haben als sie dann dort waren sich verschanzt haben in dem raum als jesus gestorben ist zugleich müssen wir hier aber den kontext der abschiedsrede berücksichtigen und zwar hält jesus diese rede im abendmalssaal nach dem letzten abendmal wo er die eucharistie eingesetzt hat und das bedeutet natürlich dass man solche worte auch eucharistisch verstehen muss jesus schenkt ihnen diese zusage dass er ihnen in der eucharistie kommen wird in jede heilige messe ist jesus bereit zu kommen zu den feiernden in den gestalten von brot und wein und er ist auch bereit in das herz jedes einzelnen gläubigen zu kommen der ihnen der eucharistie empfängt von dort aus bestimmt er dann das gesamte handeln des menschen er kommt in ihr herz von dort aus kommen ja die regungen die gedanken die worte und die handlungen und am ende der zeit dann kommt jesus als als verherrlichter menschensohn und dann nicht nur zu den jüngern sondern alle menschen werden ihn sehen jesus sagt dass die welt jesus nach kurzer zeit nicht mehr sehen wird die jünger aber schon das ist jetzt eine wichtige eine wichtige aussage die man gut verstehen muss beziehen wir es auf das osterereignis wird es schwierig denn auch die jünger sehen ihn dann nicht mehr wenn er eben stirbt also wenn er dann eben aber wieder aufersteht dann sind es ja gerade die apostel und die anderen jünger die jesus als den auferstandenen sehen die anderen aber nicht jesus erscheint ja nur bestimmten menschen wir können da eben aber von dieser bedeutungsebene ja hin weitergehen und so meint es jesus dann natürlich auch wieder bezogen auf die eucharistie jesus wird leben in den eucharistischen gaben und dort wird er den menschen sichtbar werden jene die eucharistie beiwohnen werden ihn sehen es sind dann wiederum die jünger aber nicht mehr nur die apostel nicht mehr der engste jüngerkreis und der weitere jüngerkreis sondern auch die jünger die später kommen also auch die samaritaner die heiden christen in antiochien die heiden christen in pisidien und wo auch immer paulus war mit barnabas bei dem ersten bei der ersten missionsreise und natürlich auch die die urgemeinde in jerusalem bestehend aus juden christen und das bezieht sich natürlich auch auf das ewige leben auf das ewige leben nach dem tod und am ende der zeiten denn dann werden alle ihn unverhüllt sehen in seiner ganzen herrlichkeit bei seiner wiederkunft aber auf ewig leben zusammen mit ihm werden ja nicht alle menschen automatisch es kommen ja nicht alle automatischen die in den himmel sondern nur jene die ihn annehmen die ihn angenommen haben und seine jünger geworden sind alle die zur neuen schöpfung gehören die erben zu erben eingesetzt sind in seinem reich in dieser hinsicht verstehen wir dann nämlich auch den nächsten vers wenn von jenem tag die rede ist dann werden die apostel ganz erkennen was jesus die ganze zeit eigentlich damit meinte als er von der einheit mit dem vater gesprochen hat und von der gemeinschaft zwischen den jüngern und ihm selbst dann werden sie den zustand erleben zu dem sie überhaupt geschaffen worden sind zu dem wir alle menschen überhaupt geschaffen worden sind die gemeinschaft zu haben hineingenommen zu sein in den liebes radius gottes der in sich liebeseinheit ist gemeinschaft zwischen vater und sohn die dreifaltigkeit gottes ist eine liebesgemeinschaft eine liebeseinheit und diese weist über sich selbst hinaus wie ein glas das überläuft überschäumt und das was eben drum herum steht wird benetzt von dieser flüssigkeit so werden die menschen einbezogen in diese überfließende liebe gottes das ist die ewigkeit wer die gebote hat und sie hält dieser vers ist uns schon unter der woche unter der woche begegnet und das müssen wir eben so verstehen wir haben die gebote weil sie uns offenbart worden sind sie sind gegeben worden also haben wir sie nun und so eben schon die ersten jünger die gebote gottes sind ja in der person jesu christi offenbart worden er ist es den wir haben nicht besitzen sondern empfangen haben und dieser kehrt in seiner rede zum zusammenhang von gottes liebe und halten der gebote zurück zurück am ende jetzt von dieser von diesem abschnitt den wir hören heute im evangelium der vater und der sohn werden jene lieben und sich jenen offenbaren die die gebote gottes halten das verstehen wir jetzt in dem zusammenhang dieses heutigen evangeliums esiatologisch also auf die ewigkeit hin gott liebt den menschen ja schon und ja er liebt den menschen schon bevor dieser überhaupt ihn zurückleben kann wir sind immer zuerst zurück wir sind immer zuerst geliebte und alles was wir gott gegenüber tun ist immer antwort auf diese erste liebe und doch ist das hier ja zukünftig formuliert gott der vater wird der vater und der sohn werden die menschen lieben also zukünftig formuliert ist irgendwas neues es kann ja nicht heißen dass gott das noch nicht tut er tut es ja schon längst und wir können das hier auch nicht so verstehen dass gott eine bedingung stellt er liebt ja alle menschen er hat ja alle menschen aus liebe ins dasein gerufen also können wir das auch nicht darauf beziehen dass er die bedingung stellt wer mir gehorsam ist dem liebt den liebe ich und die anderen nicht es meint hier vielmehr dass etwas neues geschehen wird es bezieht sich auf die liebesgemeinschaft am ende der zeiten im himmelreich von dem von der ich gesprochen habe die liebeseinheit die gott in sich selbst ist im vater und sohn und ja die einbeziehung in den liebesradius gottes durch die geliebten menschen und das steht ja noch aus die ewigkeit steht ja noch aus und das ist ja auch eine neue dimension der liebe das wird nämlich sein die ewige hochzeit des slammes und dann wird sich christus auch als der verherrlichte offenbaren und zwar ganz unverhüllt nicht mehr in eucharistischen gaben im eucharistischen schleier sondern als der der er ist wir werden gott sehen wie er ist also es ist etwas was die ewigkeit betrifft und deshalb ist es hier in der zukunftsform formuliert was wir heute in den lesungen hören ist ein weg ein prozess des kennenlernens und liebens gottes es ist wir beginnen in der ersten lesung mit dem ersten kennenlernen das wird hier deutlich durch die mission des philippus dann die geistgabe bei der firmung mit diesem vertieften verständnis der wahrheit wie es jesus ja angekündigt hat dass der geist in alle wahrheit einführen wird dann hören wir von der nachfolge und standhaftigkeit bei der weitergabe dieser wahrheit die ja alle die getauft sind tun sollen auch die getauften die nicht geweiht sind sollen evangelisieren missionarisch sein dann hören wir von der innigen verbundenheit der apostel mit dem irdischen jesus im abendmalssaal die traurig sind weil er sie für eine kurze zeit verlassen muss dann aber als auferstandener wiederkommen wird und sie dann auch nach der himmelfahrt nicht alleine lässt sondern ihnen den heiligen geist sendet und der sie der ihnen noch inniger sein wird in der eucharistie so innig wie er es zu seinen irdischen zeiten als mensch nicht konnte und zwar so dass die jünger ihn mit leib und seele aufnehmen können gleichsam absorbieren dass er ein teil von ihnen wird materiell gesehen physisch gesehen durch die nährstoffe in der hostie oder im brot aber auch seelisch durch die durch ja durch die gnade die uns eben zuteil wird und dann schließlich der endpunkt der schon angekündigt wird der endpunkt der ewigen gemeinschaft der gläubigen ja mit mit dieser liebeseinheit gottes und die absolute vereinigung und ewige vereinigung und ewige freude bei der hochzeit des lammes sie bleiben mensch aber in der vereinigung mit gott der mensch wird wirklich angezogen von gott gott zieht die menschen zu sich bis ins innerste von ihm selbst in sein herz hinein und jeder kann auf seine eigene art und weise diese erfahrungen in seinem leben machen oder in ihrem leben bis zum nächsten mal wünsche ich ihnen alles gute Gottes reichen segen seien sie behütet und beschützt machen sie es gut bis zum nächsten mal wünsche bis zum nächsten mal wünsche